... Noch ein bisschen müde von letzter Nacht. Bisschen wieder zu tief ins Glas geschaut. Jens auch. Klagte heute und morgen original über Kopfschmerzen und wird schön heute. Auch der Steffen ist fit. Ja, ja, ja. Und Parsa. Dann bin ich nicht mehr... Wir sind eben von der Autobahn abgefahren, weil die alle noch mal pissen müssen und wir sind durch Zufall an der ersten deutschen Raststätte gelandet. Hier bei Ausfahrt Lederhosen ist es ja so, dass ich meine, ich bin in dieser Raststätte auch schon zigtausendmal vorbeigefahren, so wie ihr wahrscheinlich auch. Ich musste tatsächlich gerade dafür kämpfen, dass wir hier noch mal kurz pissen, bevor wir dann gleich auf Festivals sind und siehe da, es war gar keine schlechte Idee. Wir sind jetzt Zeuge, wir werden hier Originalzeuge eines Paradebeispiels des Versagens deutscher Ämter. Seht euch das an, hier kann man einmal klingeln oder laut rufen. Hier gibt es sogar Bier, sehe ich gerade, lass einfach hier bleiben, scheiß auf das Fest. Und kann sich hier eine sogenannte original Thüringer Häusle Bratwurst ziehen. Ja, geile Sache auf jeden Fall. Schade, dass hier so ein Zaun sein muss, aber okay. Die macht ja trotzdem ihren Umsatz. Ich bin schwerstens begeistert und ich habe auch gerade schon gesagt, in Anwesenheit der Dame, die das hier betreibt, dass ich es echt schade finde, dass ich gerade keinen Hunger habe. Was ist das? Was ist das? Ich bin schwerstens begeistert und du wirst, wenn ich es meine, Viele beginnen, die dunklen Tage sind vorbei Neue Zeiten, neue Klänge, hier sind Leitwigsfeuer frei Als wir noch kleine Pisser waren, wollte niemand auf uns bauen Doch wir hielten daran fest, denn wir hatten einen Traum Überzeugt, fest entschlossen, von der Vergangenheit gepflegt Oft kommt Overs, wenn man sein Herz auf der Zunge checkt Und heute sehen wir hier hüllt, einmal macht alles Sinn Dort unsere Feinde, hier noch Freunde, ja hier gehören wir Wow 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 So geht alle Sound auf der Straße durch die Tieren wird in die Kneipe eingekehrt Ob Südostasien, der Kalibik oder an der Kortasie Levy wird überall verjährt Rock'n'Roll ist international Rock'n'Roll ist international Woher du kommst, wohin du gehst, ist scheißegal Denn Rock'n'Roll ist international Denn ich bin einer von euch Und sowas von Anwilligen Als einer von euch kann ich so sein, wie ich bin Einer von euch Und das gilt auch weiterhin Als einer von euch kann ich so sein, wie ich wirklich bin Ich bin einer von euch, ich bin einer von euch Ich bin einer von euch ... Untertitelung des ZDF, 2020